Du willst in Once Human richtig stark werden, Gegner und Bosse mit Leichtigkeit besiegen, dann bist du hier Gold richtig. Ich zeig dir, wie du das wirst, auf was du achten musst. Dranbleiben lohnt sich. Servus Gaming-Freunde, willkommen zum nächsten Once Human-Video. Die zweite Phase ist ja draußen von der Season, hat neuen Content reingebracht und eben auch gleichzeitig nochmal neue Ausrüstungssets und neue Waffen, die man eben ab sofort farmen kann. In den letzten Tagen habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wo bekommt man die besten Waffen her, Rüstungsteile, Mods, um ebenso stark wie möglich zu werden. Das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. In den nächsten Tagen werden wahrscheinlich auch nochmal ein paar Bildvideos vorgestellt werden. Ich bin gerade beim Elementbild drin dran und ein Kumpel von mir an einem Sniper-Bild. Der geht schon richtig ab, der macht 15.000 Schaden, nur allein mit der Waffe. Da kann man bei weitem noch mehr rausholen. Und wie ihr da auch selber hinkommt, auf was ihr wie gesagt achten müsst, wo man die besten Sachen herbekommt, das möchte ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen. Lasst immer gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch eine spezielle Frage habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Und wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Legen wir direkt los. Wie werdet ihr den Once Human stark? Auf was müsst ihr achten? Wo bekommt ihr die ganzen Sachen her? Und da gibt es wirklich einige Punkte, wie ihr eure Ausrüstung immer weiter verbessern könnt. Ihr könnt ganze Builds im Spiel bauen, die extrem stark werden. Einerseits gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten der Waffen, der Ausrüstung. Das seht ihr schon bei mir. Nur weil etwas legendär ist, heißt es nicht, dass ihr da den besten Gegenstand habt. Lest euch wirklich immer sämtliche Werte durch. Passt gerade vielleicht auch vom Magazin. Die Schrotflinte gefällt mir besser. Hat ein 12er Magazin, der andere hat nur ein 2er Magazin. Da bin ich die ganze Zeit am Nachladen. Das nervt mich. Und wo ihr auch unbedingt drauf achten solltet bei den Waffen, ist die Eigenschaft. Die macht einen riesigen Unterschied. Da kann man massiv Schaden rausholen, wie hier zum Beispiel auf der Schrotflinte ist jetzt Festungskrieg drauf. Lest euch die Werte immer durch. Hier bei mir, bei der AK, die ich aktuell sehr gerne spiele, ist Verbrennung mit drauf. Ich mache an den Gegnern dann immer wieder Verbrennungsschaden und kann eben so einiges nochmal on top rausholen. Gerade wenn der Gegner schnell ist, tickt immer die Verbrennung den Gegner runter, was ich echt richtig nützlich finde. Deswegen schaut auf die Eigenschaft drauf. Wo man auch drauf schauen sollte, ist ganz klar auf die Ausrüstung. Denn die hat auch Set Boni. Wenn ihr mehrmals ein Rüstungsteil des gleichen Sets anhabt, seht ihr, bei einem Teil gibt es unten 10% mehr Leben. Zwei Gegenstände geben mir 8% mehr Elementarschaden. Drei Gegenstände bei Tötung gibt es dann auch nochmal mehr Schaden. Und vier Gegenstände gibt es auch. Rüstungssets kann man miteinander auch mixen oder es gibt auch Rüstungsteile, die haben nur einen einzigen Bonus. Wie hier zum Beispiel die Frequenz von Verbrennung erhöht sich mit einem Stapel bis zu 100%. Diese besonderen Ausrüstungsteilen, die auch so einen Regenbogeneffekt haben, ihr seht es ja auf der rechten Seite, kann man nur einmal ausrüsten. Also ihr könnt nicht zwei mit Regenbogeneffekt ausrüsten. Man kann natürlich das Ganze auch kombinieren. Man nimmt von einem Set drei Punkte und von einem anderen Set drei Punkte und kann eben sich so einen starken Bild bauen. Kommen wir nun kurz dazu. Wo bekommt ihr geile Waffen her, aber auch geile Rüstungsteile? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Insgesamt gibt es alle Baupläne vom Spiel, alle Waffen und Rüstungsteile könnt ihr hier nachschauen. Und es steht auch dabei, wo ihr die Sachen eben herbekommt. Wie zum Beispiel jetzt hier bei der Sniper, man muss die Wunschmaschine machen. Oder hier zum Beispiel, man muss eben in einem Gebiet erkunden und man befindet sie irgendwo im Spiel. Und wie das eben nochmal im Detail geht, möchte ich euch gleich zeigen. Aber hier habt ihr eine komplette Übersicht von allen Sachen im Spiel. Und ja, da könnt ihr mal durchgucken, die ganzen Sets durchlesen und euch mal überlegen, kann ich da was Geiles bauen, ist da was für mich extrem nützlich. Und Schritt zwei ist dann, wo man die Sachen herbekommt. Wo bekommt ihr gute Waffen her oder auch gute Ausrüstungsteile? Waffen könnt ihr zum Beispiel farmen, immer bei den Monolithen. Werden mit der Hauptstory freigeschaltet. In jedem Gebiet gibt es immer ja am Schluss einen Boss. Habt ihr mit Sicherheit schon gemacht. Den könnt ihr beliebig oft killen, immer wieder erneut. Und der droppt euch am Schluss immer eine Bosswaffe. Und damit könnt ihr am Anfang natürlich schon gute Waffen rausbekommen. Desto höher das Gebiet ist, umso bessere Waffen fallen dann auch irgendwie, also irgendwann im oberen Gebiet fallen dann auch legendäre Waffen. Könnt ihr natürlich dann auch rausbekommen. Der Nachteil an diesen Bosswaffen ist, ihr könnt sie einmal benutzen. Sind die Waffen eben mit der Zeit kaputt, kann man sie nicht mehr reparieren. Man kann sie eben nur noch zerstören. Bekommt dann auch etwas Nützliches raus, wo man andere Waffen wieder verbessern kann. Das kann ich euch gleich zeigen. Nachhaltiger ist es aber, diese Blaupausen, die ich euch gerade gezeigt habe, im Spiel zu farmen auf unterschiedliche Weise. Und wenn ihr im Spiel verschiedene Gebiete abschließt, wie das Gebiet hier zum Beispiel, findet man ganz immer oben eine mysteriöse Kiste. Und die ist bei jedem Spieler gleich. Und man bekommt dort immer eine Blaupause raus. Welche man rausbekommt, ist auch bei jedem Spieler festgesetzt. Die haben feste Orte. Und bei den mysteriösen Kisten könnt ihr eine Rüstungsblaupause rausbekommen oder auch eine Waffenblaupause. Und die Waffen könnt ihr dann eben genau wie die Rüstung an der Werkbank, Ausrüstungswerkbank herstellen. Immer wieder. Und diese Waffen und Ausrüstung auch nachhaltig reparieren, dass sie nicht kaputt gehen. Am Anfang oder auch jetzt mittlerweile immer noch, habe ich hier die ganzen Gebiete schon abgeschlossen. Oder viele. Das müsste ich zum Beispiel noch machen. Und farmt euch wirklich die ganzen mystischen Kisten und holt euch diese Baupläne raus. Pro Gebiet gibt es auf jeden Fall immer ein Ausrüstungsset. Zum Beispiel jetzt hier in dem 36er Gebiet habe ich das Feuer oder allgemein das Elementarset rausbekommen und bin eben hier diese ganzen Gebiete abge... Habe sie alle abgeklappert, um eben die mysteriösen Kisten zu finden und eben zu öffnen, um mir die Blaupause zu holen. Wenn man die Blaupause hat, dann geht man hier eben drauf. Dann wird das Symbol hier, dieser Kreis, komplett voll sein, weiß sein. Und dann kann man sie, glaube ich, mit Rechtsklick oder mit F, kann man sie, glaube ich, freischalten. Und dann kann man sie an der Ausrüstungswerkbank herstellen. Rüstungsteile bekommt man ebenfalls auf die gleiche Weise. Kann man auch aus den mysteriösen Kisten, wie gesagt, rausbekommen. Bei Bossen habe ich jetzt noch kein Rüstungsteil rausbekommen. Manche Waffen und Rüstungsteile oder einige, die kann man nicht im Spiel finden, in den ganzen mysteriösen Kisten und Co., sondern bei der Wunschmaschine. Die Wunschmaschine kann man unter den mätigen Skillen, kann sie sich auch herstellen, wird auch mit der Story erklärt. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, da kann man einen riesigen Fehler machen. Man kann einerseits F drücken, aber auch G drücken. Mit F startet man das Minispiel. Man sieht hier die Belohnungen, die man rausbekommt, auch hier. Man muss dann eben loslegen und mit dem Hammer die Gegner eben, ja, treffen und bekommt dann zufälligerweise irgendetwas raus. Zufällig will eigentlich keiner haben, sondern das Geilste ist, man drückt die G-Taste und kann sich die ganzen Baupläne anschauen, die man eben in der Wunschmaschine bekommt und sagen, ich zahle direkt 8000 Sternenstaub und kaufe mir die Sniper. Ist deutlich schneller, ja, als jetzt da das Glück zu fordern und man bekommt dann nur falsche Sachen raus. Deswegen spart eure Punkte, kauft es euch meiner Meinung nach lieber direkt, ja, als auf Glück zu hoffen und ihr bekommt das Ding einfach nicht, bekommt andere Sachen raus, die ihr überhaupt nicht braucht. Und ich habe leider am Anfang den Fehler gemacht, werde mittlerweile meine Punkte sparen und immer gezielt das kaufen, was ich möchte, um auch schneller einen starken Bild zu bauen. Man sieht hier auch verschiedene Ausrüstungsteile, da gibt es wirklich richtig starke, mit der Wunschmaschine ist ein bisschen teuer. Man kann auf unterschiedliche Weise diesen Sternenstaub bekommen. Da gibt es die erste Möglichkeit, natürlich über die Maschine, dass man, hoppla, das zeige ich euch kurz, die Anlage, das wird euch auch während der Story erklärt oder während einer Funktionsanlagen, den Sternenstaub-Resonanzfilter zu bauen, dort eben dann die Gegenstände rein zu platzieren. Die findet man immer wieder in verschiedenen Gebieten. Die heißen, glaube ich, Cortexe, wenn ich das noch richtig habe. Die sind hier bei mir in der Kiste drin. Die bekommt ihr da immer wieder raus. Und bei Missionen etc. könnt ihr dort eben reinslotten. Dann kommen ein paar Gegnerwellen und ihr bekommt dafür Sternenstaub raus. Anderweitig, wo ihr es auch oft herbekommt, ist zum Beispiel aktuell über Briefe immer wieder. Die Entwickler schicken ein paar Goodies und so weiter raus, wegen Serverproblemen und Co. Oder auch über den Battle Pass gibt es immer wieder die Möglichkeit, hier Sternenstaub zu bekommen. Einfach im Spiel spielen und hin und wieder gibt es dann eben Sternenchrom, nicht Sternenstaub. Entschuldigung, das habe ich jetzt hier an der Stelle falsch gesagt. Oder auch noch eine weitere Möglichkeit, die ich entdeckt habe, ist, wenn ihr hier im Lager seid, gibt es hier einen Händler. Und bei dem kann man eben dann auch für eine gewisse Anzahl Sternenchrom kaufen. Und so kommt man dann auch eben an diese Waffen ran. Es dauert aber ein bisschen, ist so eine Langzeitmotivation eher gesagt, da konstant eben das Spiel zu spielen. Und man kann sich dann immer mit der Zeit mehr Blaupausen kaufen. Und so kommt ihr schon mal an gute Ausrüstungsteile und eben auch an gute Waffen ran. Dann haben wir den nächsten wichtigen Punkt. Es gibt im Spiel verschiedene Werkbanken. Und da könnt ihr eben auch noch mal einiges rausholen. Hier habe ich aktuell die größte Werkbank. Kann man auch wieder bei den Metriken skillen. Und desto höher die Werkbank ist, umso höher von der Tierstufe könnt ihr eure Ausrüstung herstellen. Wenn ich das bei der AK mal zeige. Am Anfang habt ihr die normale Werkbank. Da könnt ihr eben nur Tier 1 herstellen. Ihr seht den Unterschied. Tier 2 54 Schaden. Tier 3 86 Schaden. Dann Tier 4 ist 134 Schaden. Und eben am Schluss bei Tier 5 mit der höchsten Werkbank 204 Schaden. Ihr braucht natürlich auch andere Materialien für die Herstellung. Die sind in höheren Gebieten dann. Und man hat auch ein Mindestlevel. Bei Tier 5 muss man Level 40 sein, um das Ganze tragen zu können. Aber der Schaden geht dann eben mit der Zeit immer weiter nach oben. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Also es lohnt sich, wenn ihr im Spiel schon weiter seid. Ihr habt euer Ausrüstungsset. Trotzdem natürlich die bessere Werkbank zu bauen. Den Gegenstand erneut herzustellen. In einer höheren Tierstufe. Dann, was auch noch nützlich ist, ist die Kalibrierung. Auch hier könnt ihr nochmal aus euren Waffen, aber auch Rüstungsteilen mehr Schaden oder allgemein bessere Werte herausholen. Ihr kalibriert sie. Ihr seht das bei mir aktuell auf der Stufe 0. Das geht bis Stufe 10 nach oben. Also da kann man schon einiges rausholen an Schaden. Aber es kostet natürlich auch verschiedene Materialien. Und ihr seht hier, der Schaden geht von 322 auf 341 nach oben. Geht wie gesagt bei den Waffen, aber auch bei den Rüstungsteilen. Man bekommt dann mehr Leben. Verschmutzungswert geht wahrscheinlich vielleicht teilweise auch nach oben. Oder die PSI-Intensität. Was die im Detail macht, weiß ich gar nicht. Müsste ich auch selber nochmal nachgucken. Ist aber auch ein wichtiger Wert. Wer es von euch schon weiß, kann es gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann, was mit der Zeit auch wichtig wird, wenn ihr das Spiel länger spielt. Season für Season für Season. Der Spielstand wird ja in gewisser Weise immer wieder zurückgesetzt. Und ihr könnt dann, soweit ich weiß, die Blaupausen auch immer wieder erneut farmen. Pro Season immer. Die bleiben immer behalten. Aber wenn ihr dann wieder eine mysteriöse Kiste eben öffnet. Dann, oder zum Beispiel bei der Wunschmaschine ein zweites Mal kauft. Dann könnt ihr eben die Blaupausen miteinander verschmelzen. Und dann bekommt ihr diese Sterne nach oben. Und desto mehr Sterne eben dann die Blaupause hat, umso besser ist dann auch wieder die Waffe oder allgemein die Ausrüstung. Den Punkt kann man natürlich nur über Langzeitspielen erreichen. Wenn man eben ja einfach mehrere Monate, vielleicht auch Jahre das Ganze spielt, schraubt man dann mit der Zeit eben den Punkt immer weiter nach oben. Ist das essentiell wichtig? Nein, ist eine nette Beisache für später, wenn man das Spiel länger spielt. Aber man kann auch ohne diesen Punkt bei weitem richtig viel aus seinem Bild rausholen. Das habe ich euch schon gesagt, auf was man im Spiel achten muss, um die Ausrüstung immer stärker zu machen. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt. Und zwar sind das Mods im Spiel. Mods könnt ihr in die Waffen einbauen. Das ist immer dieser kleine Kasten hier. Bei der Schrotflinde, die habe ich nur so reingenommen. Habe ich es noch nicht gemacht. Ihr klickt Rechtsklick auf die Waffe drauf. Geht eben hier auf die Mods. Und im Spiel könnt ihr verschiedene Mods eben finden und die in die Waffe einbauen. Und so eben auch nochmal deutlich mehr Schaden rausholen. Auf unterschiedliche Weise. Die Mods haben einen Hauptbonus. Den seht ihr oben. Das Töten von Gegnern mit Verbrennung regeneriert Leben. Man heilt sich eben. Und unten drunter seht ihr so Punkte. Sind teilweise blau, sind teilweise grün. Und das sind so zufällige Werte, die noch auf diesem Mod drauf sein können. Man hat zum Beispiel Status Schaden, Waffenschaden, Kopfschussschaden, Verringerung. Dass man selber weniger Schaden abbekommt. Und die können wie gesagt variieren. Die Mods lootet man im Spiel. Die Mods können natürlich mit der Zeit auch legendär werden. Gehen wir hier auf das Rüstungsteil drauf. Und wenn die Mods legendär sind, dann können eben auch nochmal, kann auch nochmal ein höherer, also nochmal ein Punkt mehr drauf sein. Der ist bei mir aber aktuell nicht aktiviert. Und ihr seht auch, diese Unterpunkte können eben von der Tierstufe variieren. Also nur, weil eine Mod legendär ist, heißt ja auch wieder nicht, ist es gleich das Beste. Sie unterscheiden sich zufällig, was sind für Werte drauf. Und die Werte unterscheiden sich auch nochmal, ob sie eben Tier 1 sind oder eben bis Tier 5. Und mit Tier 5 habt ihr natürlich den maximalen Bonus. Und die könnt ihr natürlich noch in die Waffen einsetzen, in die Rüstungsteile und so auch nochmal mehr Schaden rausholen. Wo bekommt ihr Mods her? Könnt ihr auch super easy farmen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits auch wieder bei den Bossen bekommt ihr Mods raus. Von blauen Mods, epischen Mods bis natürlich auch legendären Mods. Wenn ihr höher im Spiel seid, natürlich könnt ihr Mods auch selten aus Kisten bekommen. Oder auch von Gegnern zum Beispiel, glaube ich. Auch Waffen fallen manchmal bei Gegnern und so. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Und ihr solltet wirklich gezielt das Ganze farmen. Viel wichtiger, wo ihr Mods rausbekommt, sind im Gebiet, gibt es immer eine Station. Und das ist auch immer unterschiedlich. Lass mich einmal kurz gucken, wo das Ganze ist, wenn ich jetzt hier durchzoome. Hier zum Beispiel sieht man, bekommt hier eine Masken-Mod raus. Heißt nicht, dass ihr eine legendäre rausbekommt. Die Chance ist aber dabei, dass ihr eben eine legendäre Masken-Mod bekommt, wenn ihr dieses kleine Verlies lauft. Das geht auch wirklich richtig schnell. Am Schluss bekommt man immer zwei Mods. Mit etwas Glück habt ihr eben legendäre Masken-Mods mit dabei. Und da sucht man ein bisschen über die Karte, weil hier gibt es zum Beispiel eine Hell-Mod, die man holen kann. Mit etwas Glück eine legendäre. Oder wenn man etwas weiter höher noch geht, gibt es natürlich noch andere. Da auf jeden Fall einfach durchschauen. Das ist auf jeden Fall das falsche Icon. Hier gibt es zum Beispiel von den Schuhen eine lila Mod. Und so könnt ihr eben dann Mods farmen und holt auch nochmal mehr aus eurem Bild raus. Wo ihr übrigens auch noch geile Mods kaufen könnt, ist hier bei dieser Dame. Ich zeige es euch auch gleich auf der Map. Sie kommt aber in mehreren Lagern vor. Ihr geht auf den Laden drauf und könnt hier legendäre Mods kaufen. Und das sind wirklich God-Roll-Mods. Die haben wirklich alles Wichtige drauf, was man im Endeffekt benötigt. Und die könnt ihr da für 1000, wie heißt das Ganze, für 1000 Spross einkaufen. Spross bekommt ihr durch spezielle Events. Die sind rot, taucht manchmal auf der Karte eben auf. Das steht auch mit dabei. Und zwar bei der Frachteroberung oder eben bei der Autobahnverfolgung gibt es eben die Möglichkeit, diese Punkte abzustauben. Ihr seht, ich habe schon 1500. Wenn man ein bisschen Glück hat, man guckt immer wieder auf die Karte. Und man sieht eben unten links, dass so ein Event gerade eben aktiv ist. Klickt dort drauf, wird hingesoomt. Und man kann dann eben in die Nähe reisen, geht schnell zum Event und holt sich da ein paar Punkte. Geht das doch relativ schnell, wenn man Glück hat. Sind gar keine anderen Spieler vor Ort. Das hatte ich gestern und ich konnte mir in einem Lauf, glaube ich, 400 Punkte oder knapp 500 Punkte sichern bei einem einzigen Event. Das war auf jeden Fall richtig geil. Dann kann man die Mods auch noch verbessern, um nochmal mehr Schaden herauszuholen. Ihr geht auf die Mods selber drauf. Die Mod, die ihr gut findet, könnt ihr dann eben nochmal mit Rechtsklick verbessern und eben hier ein paar Punkte reinstecken. Mod Materialien verbrauchen, kriegt man auch im Spiel hinterhergeworfen. Und wenn ich dann eben hier drauf drücke, hat sich jetzt zum Beispiel der mittlere Bonus noch verbessert. Das Ganze kann ich eben viermal machen. Ist aber komplett zufällig, was da eben verbessert wird. Und soweit ich weiß, kann man leider diese Punkte auch nicht austauschen. Wenn man eben eine Mod haben möchte, die von den Werten her besser passt, dann muss man eben immer wieder Mods farmen. Und irgendwann hat man eben dann die perfekte Mod vielleicht bekommen. Was ihr unbedingt nicht falsch machen solltet, ist auch noch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Wenn ihr Bosswaffen bekommen habt, solltet ihr die nicht verkaufen oder was auch immer machen. Sondern ihr solltet zur Demontagewerkbank gehen und diese Waffen zerstören. Denn ihr seht hier, alle Bosswaffen, die haben hier so ein Icon rechts in der Ecke. Und man bekommt dort, ich sag mal, so eine Karte raus, mit der man eben dann die Attribute auf eine andere Waffe drauf machen kann. Ich gehe mal kurz rüber an die Ausrüstungswerkbank. Da geht das Ganze nämlich, man geht auf Kalibrieren, geht dann eben auf die Waffe drauf. Kann hier Ersätze, Kalibrierungsattribute klicken. Und ich habe jetzt eben schon zwei Bosswaffen verwertet und könnte jetzt eben hier diese Werte gegen diese hier ersetzen. Ob das Ganze Sinn macht, ist jetzt die Frage. Müsst ihr natürlich gucken, ob das Ganze dann für euch passt. Ob ihr da nochmal mehr Schaden rausholen könnt oder eben nicht. Ist aber nochmal eine Möglichkeit, den Bild nochmal zu verbessern. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video sehr gut zeigen, wo ihr geilen Sachen herbekommt. Und auf was ihr achten müsst, um eben maximal zu werden. Wichtig, schraubt die Kalibrierung nach oben. Stellt natürlich die Gegenstände auf der Stufe 5 her. Und schaut, dass einfach die Eigenschaften natürlich auch zu den Set-Boni passen. Und wenn ihr darauf achtet und auch noch Mods einbaut, die natürlich auch sehr gut harmonieren. Dann holt ihr wirklich das meiste aus eurem Charakter raus. Und könnt dann eben mit Leichtigkeit die Bosse, die Gegner im Spiel zerstören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wer mehr sehen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Und wer noch eine Frage hat, schreibt sie einfach in die Kommentare rein. Und wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Ich wünsche euch immer ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.